Ben, dieses Jahr habe ich auf jeden Fall die Frühschicht an Weihnachten, also, ich... Sorry. Herr Faber, es geht um Ben. Sie müssen bitte sofort an die Schule kommen. Ich würde von mir. Willst du drüber reden? Es ist bald Weihnachten, ich möchte mich nicht die ganze Zeit... Es gibt für uns kein scheiß Weihnachten, weil wir keine scheiß Familie sind. Weil ich keinen Bock habe, darüber zu reden. Ja, okay. Scheiße! Ivan, ich bin's. Ich muss jetzt doch die Spätschicht machen. Arsch ist nicht gekommen. Ich mach das wieder gut. Versprochen. Ich werde es gern bei dir. Frohe Weihnachten. Ich werde es gern bei dir.